Und hey ho mein lieben TV-Freunde, willkommen zurück zu Super Mario 64 und nach einem ziemlich, ja traurigen Part, mit nur einem Stern, äh, habe ich halt, ja, auch diese Mission hier versucht, aber die hat leider nicht geklappt in dem Part. Und, ich wollte das Ganze halt reinschneiden, aber ich hatte Angst, dass mir die Aufnahmezeit ausgeht, deswegen starte ich jetzt einfach noch ein Part. So, ich habe halt schon eine Taktik, wie ich das mache. Der letzte Try-Off war auf jeden Fall sehr gut. So, und jetzt runterspringen. Sehr gut. Ja, aber doch nicht so, Mann. Oh Mensch, jetzt darf ich das alles wieder schneiden, damit es für euch nicht so lang ist. Doch nicht so langweilig. Ja, ist halt so. Ja, und ich habe mich, also ich habe entschlossen, aber jetzt alle Videos zu bearbeiten, egal wie lange es dauern wird. Es wird wahrscheinlich auch manchmal so sechs Stunden dauern, bis ein Video hochgeladen ist, aber das ist es dann wert. Ich möchte den Stern schon noch in dem Part gerne schaffen. Ich kann ja nicht immer nur an einem Stern festhängen. Andere werden jetzt schon mit dem Spiel durch. Man ziehe, man ziehe den Weltrekord, aber das war ja auch ein Speedwarner. Ich spiele es ja zu 100%. Aber trotzdem, auch wenn ich es jetzt nicht zu 100% machen würde, manche wären jetzt schon durch. Ich bin erst bei den 30 Sternen, also ja. Bei mir gibt es nicht so viel Action wie bei anderen. Wie man das sieht. Ich möchte jetzt wieder ein bestimmtes Thema aufgreifen. Und zwar, was ich dieses Jahr erreichen will. Wie letztes Jahr verlaufen ist. Also 2016. Also 2016 war eher ein schlimmes Jahr. Und. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Es war ein scheiß Jahr. Aber der Beginn mit YouTube hat einfach nochmal alles wunderbar gemacht. Und meine Community hat auch nochmal alles wunderbar gemacht. Bewege dich, du Arschloch. Yes! Nein! Komm. Oh mein Gott. Jetzt will ich nicht zugeben, dass ich gewonnen habe. Gut. Oh mein Gott. Ja, wie bitte? Bekomme ich jetzt nicht zu den Stern? Oder wo ist mein Brass? Was soll die Scheiße? Wo ist mein Stern, du Betrüger? Sag jetzt nicht, dass es das auch als Abkürzung zählt. Boah ey! Ne, diese Mission, mir ende ich endgültig. Mir reicht das schon. Wie kann ich den Kurs jetzt verlassen? Stern nehmen. Scheiß, 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 Arschloch, Mann. Das heißt, ich habe jetzt sonst diese sieben Minuten oder so verschwendet? Was? Also mit den letzten Parten natürlich. Was für ein Arschgesicht. Auf jeden Fall 2017, da will ich die 100 Abonnenten erreichen. Ja, richtig gehört's. Obwohl es ein bisschen krank für mich ist, aber naja. Was soll ich sonst machen? Denn ich will ja jetzt natürlich nicht auf den 24 hocken bleiben, ist ja klar. Das kam jetzt schon, glaube ich, lange. Naja, gut, doch schon. Aber an dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, ist Super Smash Bros. schon beendet. Dürfte aber auch klar sein, oder? Denn ich bin ja vorproduziert und deswegen, ja. Es wäre immer schön, wenn dieser Hase daherkommt. So. Ihr habt das wahrscheinlich schon an der Wand gesehen, da ist was faul. So. Hallo, wie krank ist denn der? Ich muss sein Weg in die Abschneiden. Ha? Ah ja, das ist gut, dass er da lang rennt. Dieser nämlich da in der Klemme? Nein, nein! So. Wo ist denn der Fäckling? Da! Mann! Das ist gut, dass er sich in der Klemme ist. This shiny thing, mine, it's mine, finders, keepers, losers, late, 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 ouch, take it then, a gift from Bowser, it, it was, now let me be, I have a date, I cannot be late for tea, was? Und ich hab das jetzt übrigens geschnitten, damit es für euch nicht langweilig ist. Aber das mit den Dates war auf jeden Fall nicht in der deutschen Fassung, da bin ich mir ganz sicher. So. Buddy the Bullies, okay. Achso, jetzt ist ja die Familie dran, okay, mitten im Leben. Eine Familie im Brennboden, flachwitz confirmed. So. Einfach ignorieren, einfach ignorieren den Lappen. Dann kann nichts passieren. So. Ich komme auf jeden Fall schon besser durch den Kurs. Als letztes Mal. So, schwuppdiwupp, und schon sind wir da. Ich hab schon mal angesprochen, die Blasen da sehen zwar ein bisschen billig aus, aber gut. Und es war 1996, soweit ich weiß, und lassen wir es nochmal durchgehen. So, den lassen wir einmal aus. So. Familie im Brennpunkt. So. Hey, seid ihr irre? Hä? Flieg doch in die andere Richtung, Mann. Ey, das ist unfair, zweifel seins. Ha. Hört jetzt auf, Mann. Gut. Ich muss die, ja, jetzt schon drei gegen eins, oder was? Ja, seid ihr gestört? Ja, die Essfassung hat wenigstens dieser Eisballi-König Zeit gelassen, damit man wieder sich erholen kann, aber die sind ja mal knallhart. Was für eine Hitbox haben die eigentlich? Ich hab den gar nicht berührt und trotzdem wurde er weggeschossen. So. Ey, dass die wirklich so ein Problem für mich sind, hätt ich ja wirklich nicht gedacht. Jetzt stirbt doch mal einer! Oder ein Double-Kill wäre noch... Hallo, ich schieße euch doch schon in diese eine Richtung, aber ihr fällt ja in die andere Richtung. Fällt, bestes Deutsch. Jetzt stirbt doch endlich, Mann! Stirbt! Herrgott, verdammt noch mal! Ich weiß nicht, wie lange ich noch daran sitzen soll, die umzubringen, aber auf jeden Fall viel zu lange, Mann! Ach, komm! Ach, komm! Weißt was? Ja, endlich ist jemand gestorben, ey! Wo ihr ja auch mal seid! Dann sind es nur noch zwei gegen eins. Was auch nicht gerade fair ist. Hä? Wie konnte ich die jetzt bitte schon nicht... Hallo? Verpisst euch! Bitte! Geht sterben! Hallo? Hallo? Wurde der jetzt nicht gehittet? Das ist ja wohl das Lächerlichste, was ich je gesehen habe in meinem verfickten Leben. Sorry, dass es jetzt zu Ausdrücken kommen, die eigentlich unangemessen sind, aber das ist wirklich... Boah! Ja, ist gut, jetzt! Geht sterben, Mann! Mit dem Größeren tue ich mir irgendwie leichter, wie man sieht. Oh, jetzt habe ich ihn in einer netten Kombi gehabt, aber die wurde gleich... Die wurde gleich beendet! What the fuck? Hallo? Oh, lass mir einmal Zeit zu machen! Du scheiß Betrüger! Ich lass dir doch auch immer Zeit, Mann! Hello? It's me. Ja, äh... Kannst du mir... Du gibst mir keinen Stern? Okay. So, Leute. Ich möchte euch zwar einiges ersparen, aber... Ich werde sowieso nicht mehr weiterkommen in diesem Spiel. Ey, und wenn ich jetzt gleich anfange zu weinen, dann ist das aber echt nur wegen den Assis da! Die können doch irgendwie immer, wenn sie zurückfallen, ihre Richtung ändern! Ich weiß nicht, wie! Eigentlich sollte ich das ja mehr können, aber... Ja, irgendwie schaffen die das besser! So. Boah! Ich weiß nicht, ob ihr mich, äh, mal schon mehr im Wage gesehen habt, aber... Das ist einfach nur... So, ausrasten, Mann! Jetzt stirbt, du Arschloch! Ja! Damit hat er nicht gerechnet! Und jetzt stirbt! Ja! Jetzt die Mutter! Okay, das sieht sehr gut aus! Ja! Gott sei Dank! Jetzt noch in die Labe fallen und sterben, das wär's! Oh! Jetzt bin ich 13 Minuten an diesen Scheiß gesessen! Will ich noch einen Stör machen? Ja! Komm, ausnahmsweise! Warte, jetzt kurz! Gut, weil doch nicht allzu schlimm ist! Das war nur ein kleines Geräusch, aber das dürfte man eh nicht gehört haben! Okay. Ich weiß, da gibt's so'n Glitch bei dieser Brücke! Lol. Ach stimmt, das Auge töten! Das ist sehr wichtig! Putz! So! Gut! Nein! Nein! ein kommen die Mützen ja das war korrekt war oder was dann kann man hier locker flottig münzen Prozent vor allem oder nicht so heute dreht sich alles nur um diesen Kurs perfekte ich glaube ich wer es heute sogar zwei Videos auf einmal hochladen so eine Münze ausgelassen Kurs ist eh nicht allzu groß und deswegen sie die Münzen schon sehr wertvoll Gott Patina sie sind ja auch wenn es wirklich zum Ernstfall kommt dann töte ich alle Kurs Ubalalalalalala klar jetzt darf ich nicht zu sorgen ich weiß bei denen wir noch Mützen rauskommen aber das aktiviere ich bestimmt nicht warum ist da hinten ein Auge ich bringe ich einfach mal hin aber doch nicht so das ist sogar mit diesen wertvoll ich bin Geld geil man kann nicht dieses Auge auch mal anvisieren danke gut jetzt wieder sicher zurück ja genau Multikill 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 ne Leute das ertrage ich in diesem Part einfach nicht mehr tschüss haut rein nein ae hae